Hey Internet und YouTube, wir sind hier bei Rannis. Dem geht's nicht gut. Wie schon gesagt, weiß ich nichts weiter darüber. Ich bin nicht hier, um euch zu quälen. Was? Wer? Was wollt ihr dann? Keine Zeit für Erklärungen. Lasst uns hier verschwinden. Ja, natürlich. In Ordnung. Los, hier entlang. Die Wachen beseitigen hier die Leichen. Der Weg muss irgendwo hinführen. Okay. Keine Ahnung, geht schon vor. Moment, vielleicht wisst ihr etwas Wichtiges. Ich hoffe es. Wenn es hilft, sie durch die Mangel zu drehen, helfe ich gerne. Sie suchen einen alten Mann namens Esbern. Es hat was mit Drachen zu tun. Das habe ich mitgehört, als sie dachten, ich wäre nicht da. Ich habe in Riftern jemanden gesehen, den sie für diesen Mann halten. Ich weiß nicht viel, noch nicht mal, wo er lebt oder wie er heißt, aber sie schienen sehr aufgeregt. Das war alles. Jetzt lasst uns von hier verschwinden. Okay. Abgeschlossen. Gut. Oh oh, oh oh, geht gut. Geht schon vor. Kein Problem. Danke, dass ihr mich befreit habt. Ich schulde euch was. Besucht mich in Riftern, wenn ihr es hinaus schafft. Okay. Hört zu, Spion. Ihr sitzt hier in der Falle und wir haben euren Komplizen. Ergebt euch auf der Stelle oder ihr werdet beide sterben. Macht nichts. Ich bin sowieso sch... Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Oh no. Was hast du gemacht? Tod ist der einzige Weg aus einem Leben. Ich bin schon unterwegs, mein Freund. Seht, ihr habt schon verloren. Oh nein, tschüss. Lasst meinen Kumpel in Ruhe. Ah. Kein Thema, mein Freund. Kein Thema. Die Talmor werden mich nun für den Rest meines Lebens jagen. Ich hoffe, die Sache war es wert. Ich glaube... Ja, natürlich. Ich hätte wissen müssen, dass das Böse enden wird. Ich kann nicht glauben, dass ich mich von Delfin dazu habe überreden lassen. Selbstschuld, falsche Schlüssel. Hallo. Irgendwann... Ich kann die aufheben? Tatsächlich. Erwache zum Leben. Oh shit. Du bist... Lydia, wie kommst du... Wie komm... Du bist weg, Lydia ist... Was zur Hölle? Lydia ist wieder hier. Okay, dieses Spiel macht mir langsam Angst. So, wir suchen. Weg. Kannst du das... Machst du das immer, wenn ich jemanden aufhebe? Schau her. Lödi. Tja. Lass los... Ich hab schon losgelassen. So. Dann weiter. Weiter. Oh Gott. Oh Gott. Wieso stehst du so blöd da? Oh shit. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Der ist doch nicht ganz dicht so dazustehen, oder? Oh. Oh. Oh Mann. Hänge muss. Vielleicht mal mitgenommen. Kann man immer brauchen, oder? Oh oh. Du bist nicht bewaffnet, ne? Oh shit. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wo ist das? Oh Gott. Ich dachte, das war ein Rift-Ton, nicht für mich! Hey du, kann ich dir sagen... Ich habe gesehen, wie die wachen Leichen in diese Richtung geschleppt haben. Das könnte ein Aushang sein. Kannst du hier warten, mein Freund? Wer bist du überhaupt? Sie haben mich in Rift-Ton geschnappt. Anscheinend glauben sie, dass ich etwas weiß. Sie stellen mir immer wieder dieselben verdammten Fragen. Okay. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Ich will nicht, dass du abkratzt. Ich will unbedingt wissen, speichern, ob ich dich retten kann. Geh jetzt vor! Oh shit, und vor mir stimmen! Oh Mann, wo bin ich? Wo bin ich? Oh fuck! Genug, genug! Ich ergebe mich! Bleibt cool, bleibt cool! Oh oh oh! Ich werde euch nicht festhalten! Huch! Huch! Ah! Oh, jetzt ist er dafür tot! Mann! Oh Mann, Marlboro Man! Hat er es geschafft, der andere? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ähm... Einhändige Angriffe von 15% höheren Schaden! Hat nicht funktioniert, was? Das steigert die Fähigkeit schwerer Rüstung und so. Hat auch nicht funktioniert. Sorry, wollte ich nicht. Was auch immer du beschwert hast. Geld, Beutel, Geld und Beutel. Illusion! Ist ja gut, 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 ist ja gut. Okay, einen konnten wir retten. Ich glaube, für ihn ist es ja sehr besser, oder? Wahrscheinlich konnte... Konnte er die Geschichte. Im Part 150 wäre er aufgetaucht und hätte die beste Quest gehabt. Das hasse ich. Oh Mann. Vielleicht, wenn ich stärker wäre, hätte ich es. Oder mit der Zweihand. Haha, Zweihand. Hauptsache, du bist gerettet. Also. Kein Thema. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Es ist... Oder? Meine Ausrüstung. Exakt. Meine Ausrüstung. Die ist nämlich... Die ist nämlich... Ganz woanders. Ganz... Ganz woanders. Ah, hat sie alles nach Flusswald gebracht. Okay. Gut. Okay. Ich habe überhaupt keinen Platz mehr in meinem Inventar. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägen... Oh Mann. Ne, 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 ne. Das interessiert mich nicht. Das hier, oder? Ne, das Schild war es auch nicht. Ring der Zerstörung. Nein. Das hier, oder? 15% höherer Schaden. Warum kann ich nicht mehr Ringe? Ich habe 10 Finger. Könnte ich 10 Ringe tragen, oder nicht? Das ist doch nicht... Quatsch, ja. Okay. Zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande ins Feld gezogen sind. Okay. Hey. Was auch immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Dann ist ja... Gut. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Oh Mann. So. Gebt mir jetzt. Ich glaube, dort bin ich unerwünscht jetzt in Einsamkeit, oder? Na, wo ist die Party? So, pass doch auf. Lydia. So. Zumindest habt ihr es lebend wieder hinausgeschafft. Eure Sachen befinden sich wohlbehalten in meinem Zimmer. Gott. Nie versprochen. Gott, 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 Gott. Habt ihr etwas Nützliches erfahren? Ich weiß nicht. Die Talmor wissen nichts über die Drachen. Wirklich? Das ist schwer zu glauben. Seid ihr sicher? Ja. Wenn ihr mir sowieso nicht glaubt, weshalb habt ihr mich dann beauftragt? Oh. Ja, ich bin mir sicher. Sie suchen jemanden namens... So und so. Esbern? Ihr lebt! Ich dachte, die Talmor hätten ihn vor Jahren schon erwischt. Dieser verrückte alte Kerl. Aber es wundert mich nicht, dass die Talmor ihm auf den Fersen sind, wenn sie herauszufinden versuchen, was mit den Drachen los ist. Ähm, warum? Ihr meint davon abgesehen, dass sie jede Klinge töten wollen, die sie in die Finger bekommen können? Ja, abgesehen davon. Esbern war einer der Archivare der Klingen, bevor die Talmor uns im großen Krieg ausradiert haben. Er wusste alles über die alten Drachengeschichten der Klingen. Er war geradezu besessen davon. Damals wollte niemand etwas davon hören. Er war wohl doch nicht so verrückt, wie wir alle dachten. Die Talmor glauben also, dass die Klingen von den Drachen wissen. Rifton also. Sicher unten am Rattenweg. Dorthin würde ich jedenfalls gehen. Ihr macht euch besser auf nach Rifton. Redet mit Brignolf. Er hat Beziehungen. Das ist zumindest ein guter Ausgangspunkt. Ach, und wenn ihr S-Bern findet, wenn ihr mich schon für paranoid haltet, es ist womöglich nicht ganz leicht, sein Vertrauen zu gewinnen. Fragt ihn einfach, wo er am 30. Eisherbst war. Er wird wissen, was das bedeutet. Okay. Warum ist es so wichtig, dass ich ein Drachenblut bin? Die Klingen haben das Drachenblut. Achso, okay, das haben wir schon. Okay. Tschüss. 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 Ah, shut up. Oh mein Gott. Und wenn wir jeden Einzelnen von Ihnen wieder unter die Erde bringen müssen. Blödi. Gah. Nein, ich bin zuerst. Raus. Raus hier. So, du hast jetzt alle meine Sachen in diesem Zimmer hier. Die ist leer, die Tore. Die ist leer. Das ist doch mein Zimmer. Das ist doch mein Zimmer. Ist das nicht mein Zimmer? Wo hat sie meine Sachen hingetan? Ich habe sie alle an. Ich habe sie an. Nur einen Dolch habe ich dir gegeben, oder? Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich... Wir haben Zimmer und Essen. Ich brauche Wein. Ich brauche... Ich brauche... Komm her, gut. Ich koche. Mir gibt es nichts zu sagen. Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... Lüdi, wir müssen... Machen eine Kleidung Pause. Ich glaube, ich muss mich hinlegen. Das ist nicht mein Bad, Lüdi. Lüdi, ich komme nicht... Ich... Setz mich hier hin. Mir ist es gar nicht so schwindelig. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich ruhe mich ein wenig aus. Danke fürs Zusehen, YouTube. Tschüss.